Herzlich Willkommen zum The Geek Freaks Podcast. Neue Folge, viel Motivation, lass Intro rollen. Lukas ist nicht dabei, aber dafür Moritz und der Robin. Hallo. Wird euch spannend. Episode 15, let's go. Ja, let's go, Alter. Das war bestimmt schon. Ja, schönes A-S-M-R. Ja, war das Intro. Wie es das gehört am Anfang der Folge, erst mal was essen oder trinken. Eiskalter Kaffee läuft. Ohne mich, weil gibt's nicht mehr im Haus, also musste ich alte Kaffee, nein, normale Sahne nehmen. Wieso denn eiskalter Kaffee? Wie hast du noch frisch gemacht? Ja, aber der war ja zu lange dort gestanden, dass er schon wieder kalt ist. Ich dachte, du hast extra so einen Warmhaltepott dafür. Ja, aber ich wollte die ganze Zeit trinken, aber dann doch nicht. Wie auch immer das Ding da heißt, du weißt, was ich meine. Ja, aber es ist so weiter drüben jetzt. Das ist aber ganz tragisch. Ja, jetzt ist halt kalt. Ist egal, ist ja eh nur eine schlechte Sahne drin, also ein Sahnebecher, weil ich habe keine Milch mehr. Und ja, die Leute vergessen Milch zu kaufen. Da kann man Milch kaufen fahren. Ja, morgen, morgen gut. Aber nicht mit meinem Auto, weil die Batterie gerade nicht mehr geht, also kann ich nicht fahren. Es ist gerade Amazon Black Friday Week. Du könntest dir ein automatisches Batterieaufladegerät kaufen. Es ist bestimmt im Angebot. Ich weiß nicht, ob eines im Angebot ist, aber ich kann auch gucken. Ich auch nicht, aber ich vermute es. Batteriejumper. Schauen wir mal. 100 Euro? Nein. 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 150, nein. Hey, but what's the problem with you? TGF.klickslash spenden. Damn it. Ja. Spendet jetzt, damit Alex wieder Auto fahren kann. Was soll denn das? Die Digga kosten 100 Euro, so viel kostet der Batterie. Ja, der kauft ja eine neue Batterie. Der muss auch Batterie mit bezahlen. Ja, ich muss mir so eine Batterie kaufen. Also ey, das ist echt witzlos, ne? Genau, du kaufst dir eine neue und die alte stellst du dir auf dein Balkonkraftwerk. Ne, die ist doch tot. Die kann man bestimmt reanimieren. Nein, wenn die zu lang sind, kannst du knicken. Also wenn sie bei diesen Temperaturen schon aussteigen, die Autobatterien, bist du eigentlich durch. Wir haben doch nur zwei Grad. Ja, das Auto ist einen Tag vorher noch gefahren worden und dann früh gehen immer mehr die Lichter an. Das heißt, einen Tag vorher hat es noch gereicht. Ja, aber ich habe mit dem Tag vorher unterwegs. Da war es wahrscheinlich drei Grad. War es zu kalt. Also die ist tot, die ist zusammengefallen, nennt man das. Ja, irgendwann sind die über, das ist so. Dann brauchst du es mit der Bleibweite gar nicht mehr probieren. Die hilft dann bei gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Dann ist der ADAC dein Freund. Also nein, Mann. Ach, nervt mich das. Ja, ihr merkt schon, Winter is coming, ne? Genauso wie der Black Friday. Der ist ja schon wieder fast zu Ende. Ne, der kommt erst am 25. Der ist erst am 25. November, also nächste Woche. Ja, wir sind jetzt im Beginn der Week, mein Freund. Die echten Angebote kommen erst nächste Woche, wo wir alle schon kein Geld mehr haben. Ne, da kommt gerade neues Geld. Ne, noch nicht ganz. Ne, der kommt erst der Woche drauf. Aber, aber da kannst du schon mal auf Pump kaufen. Ja, oh Gott. Damit kennst du dich ja aus. Apropos auf Pump. Nein, nein. Wir geben euch jetzt Finanztipps. Weihnachtsgeschenke standen an. Okay. Jetzt schon. Naja, schon. Irgendwo, irgendwo ja, irgendwo nein. Aber ja. Und du musst ja schauen, dass du Weihnachtsgeschenke frühzeitig bekommst, ne? Dass sie dann nicht, irgendwie nicht ankommen oder halt nach dem 24., weil die Post immer zu spät dran ist. Und bei uns in unserem KUKAF solltest du die Sachen spätestens in der ersten Weihnachtswoche schon alle bestellt haben, sonst ist es nicht sicher, dass du sie zu Weihnachten kriegst. Jetzt ernsthaft? Ja. Ist das so eine Katastrophe bei euch? Weil DRL völlig überfordert ist. Völlig. Oh Gott. Na gut. Das heißt, wenn du es nicht auf die Kette kriegst, in der ersten Weihnachtswoche, also in der ersten Adventwoche alles zu haben, kann es auch sein, dass es dann einfach am 1.1. kommt. Nice. Also darauf hast du dann auch keinen Bock, ne? Weil zwischendrin hast du auch Streiks, Krankheitsausfälle. DRL sagt zwar, sie liefern... Wieder was hatte ich letzte Woche. DRL hat gesagt, gestern soll es geliefert werden, ne? Gestern, Samstag, ja. Hat es den ganzen Tag gesagt, bis 15 Uhr. Und dann, ja, kommt Dienstag. Und wie jetzt, ja, kommt Dienstag. Ich habe auf meinen Alexas noch Notifications bekommen, ein Paket wird heute eintreffen. Ein Paket, ein Paket, seien Sie da, ne? Ein Paket. Das hatte ich aber auch. Ja, und dann kommt Dienstag. Das hatte ich mit der ARC. Also, ja, das ist nämlich genau das. Und das passiert dann hier halt nicht mehr mit, es kommt Dienstag, sondern ab und zu mal unbekannter Liefertermin. Es ist etwas schief gegangen auf der Strecke zu Ihnen. Und dann auf einmal kommt es vier Wochen später. Nichts Unbekanntes. Ja, gut, die Intel ARC sollte eigentlich letzte Woche schon da sein. Ja, das meine ich. Stell dir mal vor, du kommst näher an Weihnachten ran, gibst den im Kuhkauf, es wird nur gefährlicher. Ja, dann wird es, dann ist es nicht, sonst ist es nicht vier oder fünf Tage Unterschied, dann sind es mehr Tage Unterschied. Mhm. Und weil wir... Ich bin froh, dass ich nur eine halbe Stunde von der Partei da... Ja, das ist schweinig. Das heißt, Verteilzentrum, keine Ahnung, bla bla bla. War bei uns auch mal ganz schlimm. Mittlerweile geht es aber. Der Vorteil ist, wenn deine Stadt die Kreisstadt ist und erstmal alle Pakete nach uns kommen und dann weiterverteilt werden. Du kriegst immer deine Pakete. Ja, nicht immer. Bei mir sind schon einige verschüttet gegangen, weil sie geklaut wurden. Ja, du wurdest nämlich in der Kreisstadt. Wieso wurden sie geklaut? Ja, geklaut. Wie? Ja, also vom Postboten. Von DHL oder was? Hm? Ist schon paar Mal passiert. Dann würde ich mal mit deinem Postboten meckern. Naja, DHL ist ja nicht mein Postboten, aber es ist schon einmal, zweimal, dreimal passiert, dass Pakete dann verschüttet gegangen sind und ich Nachforschungsaufträge einstellen musste. Oh Gott. Weil es ja... Das ist noch nie. Weil halt der Paketpolizei gedacht hat, oh, das brauche ich aber. Ja, klar. Und das ist... Der weiß, dass du was mit Technik zu tun hast, also guck da immer rein und oh, hier wird eine neue Grafiker. Ach, da auch noch eine. Ja, den nehme ich mal mit. Ich weiß, es ist nicht sehr geil, aber da haben wir ja auch noch nicht hier gewohnt. Also da ist es noch nicht passiert hier, ne? Aber ja, es... Das sollte eigentlich gar nicht passieren. Richtig, noch. Ja, aber die Leute sind halt, wir Menschen halt sind, ne? Deshalb ist es schwierig. Also bestellen ist in der Hinsicht schwierig. Vor allem Briefe ist egal. Geld sollte man sowieso nicht mit Briefen verschicken und sowas. Ich würde auch niemals SD-Karten oder so mit Briefen verschicken, weil die kommen dann einfach niemals an. Ich habe mal einen Brief verschickt. Ich habe mal einen USB-Stick verschickt. Der Brief kam leer an. Ja, das ist logisch, weil die sich denken, oh, pippity-poppity. Und das Problem dabei ist halt, wenn du jetzt größere Technikpakete oder ähnliches hast oder als Versender, wenn da jetzt Corsair oder Asus draufsteht. Schon vorbei. Deswegen hat ja der Gabe Newell, hat ja auch beim Verschicken des Steam-Decks, hat er teilweise extra Fake-Verpackungen gemacht. Sowas wie ISD oder so. Internet-Versand Bielefeld, ja, ja. Die haben ja extra... Ja, ja. In den USA haben sie überall Fake-Verpackungen rumgemacht. Also ich hatte einfach nur unscheinbare Cardboard-Box außen rum. Ja, du hattest die unscheinbare, in den USA haben sie teilweise andere Firmen draufgeschrieben oder halt nach Dings, also Fake, richtige Fake-Firmen. Das Problem ist aber dann, wenn es dann nicht ankommt, an wen sollen sie es zurückschicken? Ja, der Absender war schon richtig, halt der Versandzentrum. Als Absender war halt das Versandzentrum dort gestanden. Nicht Steam-Direct, sondern Versandzentrum XY. Achso. Und dann halt eine völlig andere Verpackung. Einfach, dass Diebe nicht drauf kommen und das Ding noch mehr nutzen. Ja, gut. Klar. Auch Grafikartenhersteller machen das direkt. Nvidia macht das ja auch, ne? Also es ist schon so weit, dass man die Leute vor dem Postboden schützen muss. Oh Gott. Ja. Ja, bei uns ist das nicht so. Wenn du dir Bezahlungen teilweise anschaust. Ist völlig verständlich, ne? Aber es ist trotzdem halt scheiße, ne? Für die Leute nichts dafür können. Oder wenn du eine Firma bist, oder, oder. Deswegen, ein Bekannter von mir hat ja auch Grafikkarte gekauft gehabt und wieder verkauft, ne? 4090. Eine Firma. Glücklicher, ja. Und die Firma, die hat dann angeschrieben, Alter, wir haben es nie bekommen. Ja, was war? Der Nachbar hat es angenommen, den es nicht gibt, mit seinem Nachbarsnamen. Hat die Grafikkarte entgegengenommen und war nie mehr gesehen. Und dann sind sie auf ihn zugekommen, ja, Alter, geht nicht, bitte, wir wollen unser Geld zurück. Betrug. Das ist doch Kacke. Ja. Warum da man sowas? Und dann, weil der Versender muss den Nachforschungsauftrag anstellen, nicht der Empfänger. Das heißt, ich will mein Geld zurück, mach du doch deinen Nachforschungsantrag. So ist das bei uns in Deutschland. Das heißt, du bist aber auch völlig im Arsch. Oder wenn jemand sagt, hey, ich nutze den Empfänger. Als Versender bist du dann gefoppt. Das ist so unfair. Also ist für den Endkunden eigentlich ganz praktisch, wenn der Versanddienstleister dann erstmal die Schuld trägt. Ja. Aber, ja, schwierig. Das ist halt richtig räudig. Aber gut, was willst du machen? Wenn du dir mal die anderen Seiten anschaust, ist es natürlich viel einfacher. Ja, es ist so oder so richtig räudig. Also mit diesen Betrugsfällen, die ja auch immer mehr zunehmen, nicht nur die Fake-Versandsachen. Auch diese Kontospielereien und das ist alles im Zuge der Inflation steigt es wie Sau. Mittlerweile zum Beispiel, Paypal nimmt nur noch den Käuferschutz teilweise in Angriff, wenn du das Anzeigenblatt der Polizei hast. Das heißt, das musste ich ja in meinem Betrugsfällen machen. Du musst dann hingehen, Anzeige erstatten. Dann musst du das Anzeigeblatt von der Polizei als Original bekommen, nicht digital, sondern als Papier. Ja, du musstest es dir ja eh meistens abholen. Dann musst du es einscannen und dann musst du es an Paypal schicken. Der Kontakt dahin ist auch immer ganz gut, habe ich gehört. Ist mega gut, ist mega gut. Ja, passiert. Ach ja, aber wir waren ja bei Weihnachtsgeschenken. Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Der Weihnachtspodcast. Meine Frau hat ja von mir vor anderthalb, mal anderthreiviertel Jahr ein Handy bekommen. Okay. Und zwar eins der Pokos. Und das war ja eine ganze Zeit lang ganz gut, aber jetzt halt nicht mehr. Hängt sich dauernd auf. Firmware crash, Telefone gehen nicht durch. WhatsApp. Manchmal klingelt es auch überhaupt. Überhaupt nicht. Also es macht völlig random Sachen. Das glaube ich schon, wenn du das dir erzählt hast, ja. Und das ist halt super blöd doch irgendwo, ne. Und dann hat sie halt jetzt die letzten drei, vier Monate, oh, was ist denn das? Das sieht ja cool. Und sie so, ja Schatz, das ist das Flip 4. Das kostet 1400 Euro. Oh, das ist aber cool. Ja, Schatz, das kostet immer noch 1400 Euro. Einen Monat später. Oh, ja, ich weiß. Ich habe die Werbung auch gesehen. Ja, das ist ein cooles Handy. Es kostet trotzdem 1400 Euro. Naja, jetzt kriegt sie es zu Weihnachten. Aber gebraucht. Weiß sie das schon? Ich würde sagen, hört sie diesen Podcast? Ich weiß nicht, wer mit dir jetzt gespoilert. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist er schon mal. Aber die Woche ist 20.11., richtig. Ja, aber sie hört ja den Podcast, das ist ja das Gute, ne. Sicher? Ne, hört sie nicht. Tut sie sich nicht an. Das weißt du nicht. Das sagt sie nur, damit du nicht denkst, sie kontrolliert dich. Da bin ich sicher. Ja, das hoffst du ihnen ständig. Gib's zu. Nee, aber das Gute ist, du kriegst das Ding halt jetzt für 564 mittlerweile. Okay. Also ist jetzt ungefähr so 570, 580 ist der Nennpreis jetzt für neu. Wir haben immer noch zu viel für ein Handy. Ja, es geht. Also für ein Handy ist 540, vor allem für Flip, für das Zusammenklappbare, ist das gut. Ich wollte es ja eigentlich auch. Einfach nur wegen der Funktion, dass ich es hinstellen kann, während ich was filme. Oder ich mache einen Produktshot oder sowas Schnelles. Ich stelle es hin. Das kannst du mit dem Fold aber auch, ne? Ja, das meine ich ja. Du meinst so, wie du es mit der Insta360 gemacht hast? Wie mit der Insta360? Die hast du auch immer neben dich hingestellt auf den Tisch. Ja, ja, so ähnlich. Aber du kannst halt den Deckel als Slider nehmen. Weil du kannst es ja hinstellen und kannst dann kippen, während du filmst. Und du hast ja schon einen Hinge und einen stabilen Boden. Das ist eigentlich ganz cool, wenn du es so betrachtest, weil du hast einen Kippslider quasi eingebaut. Das hätte mir gefallen. Oder du stellst es hin und kannst Selfies mit der Frontkamera machen, die halt eine viel höhere Auflösung hat. Weil du hast ja auf der Außenseite auch nochmal ein Display. Oder halt lauter solche Spielereien. Das fand ich aus Produktionssicht schön. Wenn du so ein Handy da hast, dann tust du dir nochmal einen Ticken leichter. Aber ich wollte es jetzt nicht. Eigentlich wollte ich es, aber ich wollte es dann nicht. Weil ich mir die Specs angeschaut habe. Und die Specs sind sogar, also klar, weil es ein Falt-Handy ist, ne? Sind sie von den Rohwerten schlechter als mein OnePlus 8? Auch wenn der Prozessor besser ist. Aber auf der anderen Seite sind halt die Megapixel und die Blende und so weiter schlechter. Und dann, ja, es ist eher was für meine Frau. Für mich gäbe es zwar auch was, was mir gefallen würde. Ich mag diese Flip-Sache. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich hatte früher auch viele dieser Auf-Klapp-Handys. Ich hatte welche von Motorola. Ich hatte welche von Sony. Also ein Slider-Handy. Ich fand es immer ganz praktisch, dass du die halt klein machen kannst in der Hosentasche. Mittlerweile waren die Dinge richtige Bretter, was mich stresst. Geht es euch auch so oder ist das völlig wurscht? Ich sage dir, wie es ist. Ich brauche es nicht. Okay. Ich brauche aber auch keinen Backstein in meiner Tasche. Ich habe 2014. 2014 für zwei Jahre, glaube ich, ein 9-Zoll-Pablet als Handy genutzt. Habt ihr es immer in der Hosentasche dabei gehabt? Es hat funktioniert. Ja, aber es ist halt scheiße. Ich wäre schon dafür, also für aufrollende oder aufklappende Handys, weil du halt einfach viel mehr Platz in der Hosentasche hast und nicht alles sich so ausbeult. Das waren Tab 4 LTE, das war ganz gut. Boah, es stresst halt. Ich muss halt auch öfters mal auf dem Boden krabbeln oder unterm Rechner rum oder unterm Schreibtisch was machen. Ja, okay, da war es nervig, da musst du was rausnehmen. Und wenn du es immer in der Hosentasche hast, du hast so einen Klotz, dann kannst du dich mit den Jeans kaum mehr bewegen. Beim Laufen stehen war das kein Problem, beim Sitzen hast du es halt zurecht geschoben. Ja, genau. Oder stell dir vor, Autofahren. Autofahren stresst mich ja auch schon, wenn du Hose hast, wo es rausfällt. Gut, das habe ich mit 13, 14, nee, ja doch, habe ich da noch nicht gemacht. Du durftest du eh noch kein Auto fahren. Du durftest ja mal mitfahren. Ja, doch. Achso, das haben sie dir erlaubt. Was? Alex, weißt du Dinge, die wir nicht wissen? Sollten wir da irgendwas wissen? Alles Gute. Falls jemand, ich will wieder ein Handy mit so einer ausfahrbaren Kamera. Boah, das war cool. Nee, meine aktuelle, es hat eine. Der hat die oben rausfährt, ne? Ja, genau, genau. Ja, voll cool. Das will ich wieder haben, weil ich will keine Notch, ich will auch kein Loch im Bildschirm. Ich will eine ausfahrbare Kamera. Ist mir egal, dass es da nicht wasserdicht ist, kann auch einen Ticken teurer sein, ist nicht so schlimm, aber ich will eine ausfahrbare Kamera. Ja, okay, fühle ich. Ja gut, ich denke mal, das mit dem Notch, das wird die Zukunft werden. Ja, nee, Notch, Notch geht wieder weg. Es gibt keine aktuellen Handys mehr mit Notch. Notch brauchst du nicht mehr, weil du hast ja andere Display-Kamera jetzt. Ja, die trotzdem an, was Apple da jetzt gemacht hat mit ihrem animierten Kack da, den kann er auch. Brauch keine, nee, wenn die Technologie gut genug ist, dass wir transparente Displays haben, dann hast du eh nur noch an der Display-Kamera wie an der Display-Fingerabdruck und dann siehst du es gar nicht mehr. Also ich finde den Ansatz von Apple, was das angeht, gar nicht mal so schlimm, gar nicht mal so schlecht, ist halt scheiße gelöst. Ja. Ich glaube, also dass du das dann einbindest in die Steuerung, finde ich gut, aber dass du so viel vom Bildschirm dann mehr oder weniger unbrauchbar machst, weil es so tief ist, wenn du das Ganze nach oben schieben würdest, wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Gut, Apple hat aber auch sehr viel mehr Technik da oben als andere, einfach nur wegen Face-ID, ihre Infrarot-Kamera und so weiter. Ja. Ja, es ist eine extra Kamera und ein extra Sensor. Das ist auch unnötig. Beziehungsweise müssen sie da ja die Infrarot-Punkte dir aufs Gesicht projizieren. Also ist schon mehr als normalerweise. Irgendwann brauchst du es auch nicht mehr. Also das wird auch alles unter dem Display verschwinden. Alles wird bestimmt möglich sein. Was mich am meisten ankehst, ist, dass die meisten Hersteller es immer noch nicht schaffen, dass der Rahmen ringsum einheitlich groß ist. Das schaffen sie einfach nicht, ne? Nothing Phone kriegt es von... Mit dem ersten Telefon jemals kriegt es Nothing Phone hin und sagt, pass auf, wie ist es? Wir machen designtechnisch das Ganze gut. Der Rahmen ist auf jeder Seite gleich dick. Mhm, gut. Wer es nicht hinkriegt, ist mal wieder... Ist das so traurig, ist es Google mit dem Pixel 7? Pixel 7, super tolles Handy. Killt Flaggschiffe unter der 800-Euro-Range, aber schafft es auch nicht. Und manchmal frage mich, was haben die für Lachssoffen? Das ist ja hauptsächlich mittlerweile für die meisten Leute, die keine Nerds sind, das ist ein Statussymbol. Und da zählt Design. Und wenn die Ränder nicht richtig sind, das ist ein Design-Four-Paar. Das merken die Leute auch unterbewusst. Wenn es eingeschaltet ist, siehst du das doch nicht mal mehr. Naja, es kommt auf an, manche Leute stört sowas, ja. Und gehen dann zu Apple zum Beispiel. Das ist ja eine sehr oberflächliche Welt, die Smartphone-Welt. Apple kaufen die meisten einfach nur wegen dem Look auf der Rückseite. Das ist auch so ein Sag, hast du kein iPhone, hast du kein iPhone, ne? Ja. Hast du kein iPhone, brauchst du kein iPhone? Meistens, ja. Ist halt schade. Aber was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe von den ganzen Technologien, ich würde mir zum Beispiel niemals ein Fold holen, ne? Die Folds sind einfach unausgereift. Wer es besser macht als die Folds, sind jetzt unter anderem, ähm, ja, klingt blöd, aber Motorola. Was haben die jetzt? Ha, Motorola lebt, ne? Man glaubt es nicht, aber sie leben. Lange nicht schon schon gehört, ja. Und das Handy, das ich am liebsten haben wollen würde, wäre das Motorola Razr. Ja, Razr lebt auch wieder. Oh, doch, doch, das habe ich gerade gehört. Razr 2022. Razr 2022, weil es das erste Fold-Handy, ich gebe euch zum Beispiel mal einen Blick, könnt ihr auch in den Notes mit reingucken, ähm, verlinken wir, das ist das erste Club-Handy, das dem alten Razr-Look ein bisschen treu bleibt, gleichzeitig aber Flaggschiff-Specs hat, weil die mussten ja immer Kompromisse machen, Akku halbieren oder mit der Technik, weil durch den Feichenmechanismus geht ja viel Platz verloren, ne? Die haben es geschafft, dass der Hinge ein halb, halb so dick ist, wie bei Samsung, dass das Handy flacher sein kann, dass es besser aussieht, wird designtechnisch viel schöner mit dem Faltmechanismus, viel, viel, viel eleganter, es sieht wirklich elegant aus, nicht als wäre es so aufgesetzt oder reingebrügelt, ne? Du hast trotzdem 50 Megapixel mit, äh, Bildstabilisierung, also eine richtige Lense, sogar eine richtige Zoom-Linse, was die anderen Hersteller noch nicht geschafft haben. Ja gut, das einzige Problem ist, ist der Akku, weil du kommst mit dem Akku nur auf 3500 mAh. Ist zwar mehr wie jetzt die Konkurrenz, die nur 2500 oder so schafft, ist aber trotzdem so gerade mal Daily, ne? Aber. Das ist ja auch immer daran, was du damit machst. Aber ich muss dazu sagen, da du das Handy ja nicht aufklappen musst, du kannst zum Beispiel, zugeklappt ist ja oben ein Display, dann kannst du es als Fernbedienung nehmen für den Fernseher oder WhatsApp oder halt für die ganzen Quick-Tasks musst du es nicht aufklappen. Weder für ein Foto machen, noch schnell Nachrichten lesen, kannst du es zugeklappt lassen und dann geht ja nur das kleine Display an. Dadurch geht ja deine Nutzungszeit trotzdem wieder hoch, weil der größte Stromverbraucher am Handy ist ja das Display. Macht Sinn. Und das ist halt dann sehr geil, wo du sagen musst, ey, ich könnte mit diesen 3500 Stunden vielleicht trotzdem weiter über den Tag kommen, einfach weil ich es nicht aufklappen muss, zum Beispiel um die Uhr anzusehen, Display aktivieren oder oder, als ich jetzt mit meinem OnePlus 8 kommen würde, wenn ich hier 4,5 oder 5000 mAh habe. Oh, das ist Putin-Phone. Ja, also, ja, ja. Du könntest dir aber auch einfach eine Smartwatch kaufen. Was, was, jetzt habe ich einen Robin nicht verstanden. Was meinst du? Du könntest dir auch einfach eine Smartwatch kaufen. Ja, eben nicht. Damit kannst du auch telefonieren und WhatsApp schreiben. Ist zwar reudig, aber geht. Ja, aber ich habe ja eine gehabt von Fossil. Und die Nutzungszeit davon war insgesamt drei Monate. Dann habe ich sie nicht mehr genutzt. Weil der Akku. Ich habe sie sogar gebucht, also, falls ihr da draußen mit habt, ja, könnt ihr machen, ihr könnt eure Warehouse-Uhr nehmen, ihr könnt sie mit Wi-Fi-ADB öffnen und dann könnt ihr da nicht viel machen, weil der Bootloader nicht offen ist, aber ihr könnt Dienste und Services beenden. Und per Wi-Fi-ADB habe ich alles, alles Unnötige und teilweise Nötige beendet. Sogar die Heft-Telemetrie. Sogar Fußstapfassung, sogar Schlaftracking. Ich habe alles ausgeschalten, soweit ich es nur prügeln konnte. Ich habe es sogar nicht mehr mit dem Handy verbunden. Nur, dass ich mein Watchface habe, das heißt, wenn ich die Uhr zum Meer drehe, dass ich dann auch die Uhrzeit sehe, ohne tappen zu müssen. Und ich habe sogar bei WhatsApp und alles ausgemacht. Und damit bin ich trotzdem nur drei Tage weit gekommen. Jetzt bin ich ein Mensch, der seine Uhr niemals abnimmt. Weder unter der Dusche, weder, wenn ich ins Bett gehe, weder, wenn ich aufstehe, Fahrradfahrer arbeite, meine Uhr bleibt am Armgelenk, bis die Batterie leer ist. Am besten bei analogen Uhren, wenn das nach vier, fünf Jahren passiert. Und dann wird sie ausgetauscht und wird dann wieder dran genommen. Genau. Die bleibt dran, weil es ein Arbeitsmittel ist. Damit weißt du, wie spät es ist. Das ist dein Arbeitsgerät. Das heißt, wenn ich eine Smartwatch habe, will ich, dass sie das gleiche erfüllt. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen wisst, ich hatte eine Uhr, die sich mit Solar- und Körperwärme geladen hat. Kenn ich. Und die war auch eine Smartwatch. Und die ging eine ganze Zeit lang. Ich rede jetzt nicht über den Hersteller, weil der Hersteller ein Wichser ist. USA. Ja, das ist jetzt aber gemein. Ja, aber ich könnte noch weitergehen, denn diese Uhr ging kaputt. Ich glaube, das hast du schon mal im Podcast von erzählt, oder? Weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon mal, aber ich frische nur kurz auf. Ich hatte das Problem, ich habe sie angeschrieben, habe gesagt, ey, die Uhr ist kaputt. Das Display geht nicht mehr. Die Akkuzeit hat durchgehalten, meine Körperwärme hat sie gut geladen. Ich musste sie nie abnehmen. Alles toll. Ich konnte auch alles tracken, Schlaf tracken und so weiter. Ich war so glücklich. Und dann habe ich gesagt, ey, die ist hin. Könnt ihr sie bitte reparieren? Ja, mach ein Ticket. Ich habe ein Ticket gemacht. Kenn ich irgendwo, Herr Robin. Das Ticket ist bis heute offen. Sehr gut. Hast du es wenigstens gelesen? Ich weiß es nicht. Ich habe sie über zehn Mal angeschrieben, wo es immer nur geheißen ist, ihr Ticket ist in Bearbeitung. Ich habe bis heute von dieser Firma nichts mehr gehört. Diese Uhr hat mich gebraucht, 350 Euro gekostet. Ich konnte sie insgesamt nur zwei Monate benutzen, bevor das Display kaputt war. Du hast sie gebraucht gekauft. Das könnte auch schon so eine Sache sein. Naja, ich konnte mit neu die 680 Euro nicht leisten. Das ist absolut verständlich. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich nehme halt einen guten Zustand. Die war quasi neuwertiger Zustand. War ich glücklich? Du weißt ja nicht, was vorher damit passiert ist. Das ist ja immer das Problem. Ja, das stimmt. Aber ich hatte ja die Originalrechnung. Und bin hin und gesagt, Ticket. Ja, anscheinend sind so viele von diesen Uhren kaputt gegangen. Es gab im Internet dann sogar Threads, die gesagt haben, ja, du musst sie in das Gefrierfach legen. Damit der Akku leer geht? Nee, halt ins Gefrierfach, weil das irgendwas mit der Display-Technologie zu tun hat. Weil das ein Dreischicht-Display ist, das gleichzeitig Solarenergie nutzt und aufwandelt und bla. Und dann ist da E-Ink mit drin und düppi, düppi, düppi. Und dieses Problem passiert häufig und das hat es bei ihnen gelöst, dass man es ins Gefrierfach legt. Und lauter so 10 Minuten und dann wieder raus. Nee, ich meine, wie lange hat es das gelöst? Manche waren glücklich, haben gesagt, das Problem trat nicht mehr auf. Manche haben gesagt, ja, sie legen sie alle drei, vier Monate mal ins Gefrierfach. Also ich habe viel gelesen darüber. Es gab aber tausende Leute, die Probleme mit dieser Uhr hatten. Aber immer, dass das Display kaputt ist. Deswegen wahrscheinlich auch das Ticket. Der Hersteller war sich bewusst. Ich habe auch seitdem nicht mehr davon gehört, dass der Hersteller noch irgendwas rausgebracht hat. Und die haben halt einfach einen Hidden Run dann gemacht. Deswegen Wichser. Was willst du machen? Der Technologiemarkt ist voller Schlaglöcher, ne? Schau dir mal Kickstarter an. Nein, schaue ich schon lange nicht mehr. Früher war Kickstarter mal eine gute Idee. Jetzt ist es einfach nur noch billiges Geld verbrennen. Also dazu kannst du gut wie nix mehr unterstützen. Früher konnten wir noch durchscrollen, ein paar schöne Projekte entdeckt. Heutzutage weißt du eigentlich Scam, 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 harter Scam. Scam mit schönen Bildern. Und alles, was sich realistisch anhört, was funktionieren könnte, wird sowieso nicht fertig werden. Ja, richtig. Die erreichen ihr Goal dann nie, ne? Das ist immer so. Oder wenn sie das Goal erreichen, kriegst du es nach zwei Jahren geschickt. Das ist auch immer das Beste. Ja, dann kriegst du ein Projekt, das du vor fünf Jahren gebackt hast und dann ist es ganz anders als beschrieben. Ja, aber du kriegst zwar irgendwas, ne? Ja gut, damit haben sie ihren Soll erfüllt. Ja. Dass sie die Versprechen komplett geändert haben, das ist egal. Also ich kann euch, also ihr da draußen was empfehlen, nehmt kein Fold, weil das Fold hat immer noch genug Probleme mit Display. Das beste Clubhandy, was im Moment auf dem Markt ist, ist das Motorola Razr 2022, also nicht die 2019er Version. Auch wenn es aufgeklappt ist, siehst du quasi die Faltung nicht. Also bei den neuen Falthandys ist das Problem, dass sie es mit dem Display nicht so hinkriegen, dass man die Biegung nicht irgendwie in sieht, weil es nicht stabil ist, ne? Der Hinge in. Deshalb siehst du im Display immer so ein kleines Wobble oder so, das hast du bei dem halt nicht. Das ist recht schön, ist das Einzige im Moment, dass das kann und die Spikes hat, kostet aber trotzdem 1200 Flocken und das ist mir zu viel. Das heißt, ich werde mir das vielleicht irgendwann holen, wenn es in einem Jahr oder so günstiger ist oder gebraucht. Aber was ich erstaunlich... Ein Falthandy gebraucht ist auch immer so eine Sache, ne? Ja. Naja, ich würde sie halt, was heißt gebraucht, als neuwertig oder Versandrückläufer. Ne, Versandrückläufer oder sowas rülle ich mir dann bei Amazon oder so Warehouse-Deals. Das ist für mich dann noch die sicherste Option, weil es gibt das wichtigste Handy, das ich, das ist, also das, was ich mir wünsche, wird nicht mehr hergestellt, war aber auch Motorola. Mit PowerPC? Okay, kurze Umfrage. Was könnte es sein, was ich von Motorola so geliebt habe? Wann? Überhaupt. Was war mein Lieblings-Handy jemals? Das heißt, du gibst uns keinen Zeitraum. Ich gebe euch keinen Zeitraum. Ich gebe euch aber einen Tipp, es gab mehrere Generationen davon. Backstall Version 1, Backstall Version 2, Backstall Version 3. Nein, seriously, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, ich gebe es euch sogar und ich bin gespannt auf, was ihr antwortet. Motorola Droid 4. Ich hatte Droid 1, 2, 3 und ist 4er. Ich hatte alle Droids. Okay. Weil für mich, dass das perfekte Telefon war. Ich musste es importieren damals aus den USA für 300 Euro, Zollerklärung, alles drum und dran. Da war ich, wie alt war ich denn da? 19, 18? Das war für mich das perfekte Telefon. Mit Tastatur? Ja, Slider-Tastatur. Und Slider-Tastatur war das Beste, was ich an einem Handy jemals erlebt habe. Es war trotzdem noch dünn und du konntest einfach blind tippen. Ich vermisse ja, bei Touch kann ich nicht mehr blind tippen. Aber Destroyed konnte ich aufsliden und konnte in der Pulli-Tasche, ich musste nicht auf die Buchstaben schauen, wie bei, wie bei, früher T9 oder halt bei den alten Handys und ich konnte alles schön gemütlich aus dem Pulli machen und habe keine Schreibfehler gehabt. Bei meinem alten Phablet konnte ich auch noch blind tippen. Halt echte Tasten, ne? Echte Clicky-Tasten. Ne, 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 das war nicht clicky, aber da habe ich das halt einfach auf die Seite, aber die Tasten waren groß genug, dass ich mir halt angewöhnen konnte, wo die Tasten sind. Ja, okay. Gut, ich hatte null Feedback, gar nicht, aber es hat, irgendwann hat es funktioniert, habe ich mir angewöhnen können. Ja, das klingt auch gut, ne? Ja, habe dann irgendwie vier Fingerschreiben oder so gemacht. Aber genau das vermisse ich und das hatten nur die Slider-Handys und leider gibt es die nicht mehr. Droid waren die besten, die es gab, halt High-Spec, ne, damals schon Dual-Core, 16 GB Speicher, Voll-Gipi, das waren unglaublich gute Specs, ne? Und da Blackberry ja jetzt raus ist, LG hat es probiert, haben aber keine guten Handys mehr damit rausgebracht. Die HDC waren vom Android und vom Prozessor veraltet und die einzigen, die es hinbekommen haben, waren Motorola. Und davon habe ich übrigens mal ein Video gemacht. Okay, hey, Überraschungs-Dings. Wisst ihr noch, wie ich ein Video gemacht habe über Raspberry Pi-Emulation? Ja, du meinst Retro-Pi? Ja, da hatte ich ja ein Lab-Doc. Falls ihr wisst, was ein Lab-Doc ist, es ist ein Laptop ohne Prozessor. Das heißt, du steckst hinten dein Handy rein und hast dann einen vollwertigen Laptop. Sowas wollte ich früher haben, weil ich es immer in der Computer-Bilder oder so gesehen habe. Genau, und das hat halt echt gut funktioniert. Ich habe das Display immer noch voll HD-Display mit Tastatur und allem, ne? Das Laptop war eigentlich auch schon scheiße teuer, aber das hat halt funktioniert mit dem Slider-Handy. Was, ein völliger Meinblatt, du hast erstmal so ein mega geiles Slider-Handy, das du ausfahren kannst, hast eine physische Tastatur und wenn du heimkommst, hast du noch einen vollwertigen Laptop. Das war halt immer. Ja, hier Samsung, wie heißt das? Samsung Dex oder so? Ja, besser als Dex. Besser als Dex. weil, das war ja keiner. Das greift ja auch nur auf die Software auf im Zusammenhang zu die auf dein Handy ist. Das ist ja nur ein USB-C-Hub, mehr ist das nicht. Genau, also, das war ja Blödsinn. Und das Laptop-Zeug halt von Motorola war halt echt native, ne? Das war zwar proprietär, du konntest nur dieses Handy damit verwenden. Ja, gut, klar. Und nur diesen Laptop, aber es war halt geil, das hat sich gleichzeitig in den USB- und in den HDMI-Anschluss, weil das Handy einen Mikro-HDMI-Anschluss hat. Na gut, wahrscheinlich genau deswegen. Also USB, äh, USB, äh, Mikro-USB und Mikro-HDMI gleich nebeneinander, ne? Doppel-Dock. Das Versprechen des Business-Handys nimmst du mit, wenn du daraus ankommst, steckst es in deinen Dock und kannst es nutzen. Ja, halt unglaublich geil, dann hattest du am Laptop noch zwei USB-Anschlüsse, das heißt, du hättest da noch einen Drucker oder einen USB-Stick anstecken können. Halt richtig, richtig so, wie man es sich wünscht. Schade, dass dieses nicht mehr weitergeführt wird, dieses Konzept, weil das fände ich halt geil. Einfach, einfach geil, kommst heim, legst dein Laptop oder dein Handy halt direkt drauf und hast alle Daten, kannst hin und her scheren, gut ist, ne? Für Power-Use. Ja. Weiß auch nicht, warum sie das komplett weggestrichen haben, irgendwie stressig. Naja, mittlerweile durch USB-Standard ist es sehr viel einfacher möglich. Ich kann mein Handy an das Dell-Doc von meinem Laptop anschließen und kann, hab darüber ein Netzwerk, kann darüber, hab's auf dem Monitor, kann Maus der Satur benutzen. Also mittlerweile über USB ist sowas halt möglich, brauchst du noch ein entsprechendes Doc. Ich habe über die Jahre nämlich da auch gesehen, dass es, es gibt zwar noch Versuche für sowas, aber alles wieder nur Kickstarter, alles nur Kickstarter und irgendwelchen anderen Rots, dem du nicht vertrauen kannst. das was Samsung gemacht hat, das haben sie aber auch mehr oder weniger eingestellt, bewerben sie halt auf jeden Fall nicht mehr und Huawei, Huawei macht das jetzt. Was machen die? Die mit ihrem neuen eigenen OS vertreiben sie auch Docs dafür, dass du, die wollen wieder in diesen Markt rein. Deren, wie heißt das OS von denen? Emui? Genau. Nein, das ist Xiaomi Emui. Ah ja, stimmt, das war Xiaomi. Auf jeden Fall, die mit ihren, die haben, die wollen auch wieder in dieses Doc-Game rein und die sehen, die sehen das als echte Alternative. Naja, die Switch hat es vorgemacht. Naja, die Switch darf ja nicht so arbeiten. Ne, das nicht, aber es ist ein einfaches Ding, du hast dein Handy so dabei und wenn du so ein Doc hast, könnte da ein Zusatzprozessor sein, der dem Ding mehr Leistung gibt. Ah, na gut, das gibt es glaube ich nicht. Ne, du weißt schon, was ich meine, genau dieses Hybridzeug und dann hast du mehr Leistung oder der Prozessor kann höher takten wegen besserer Kühlung und mehr Strom und dann kannst du mehr Power rausholen. Alle modernen Handys, egal ob Samsung, egal ob OnePlus, egal, jedes läuft unter Speck, weil sie alle runter takten, weil sie zu warm werden. Es gibt genug Leute, die gesagt haben, pass auf, wir testen mal, was die Prozessoren wirklich können, Arturo Benchmark oder was auch immer, haben sie dann zum Beispiel hintendran ein Liquid Water Cooling Block dran. Hat das auch eines Tech Tips auch gemacht. Ja, und du kriegst halt die doppelten Werte, ne? Das heißt, jedes Handy läuft ja an der Speck und das ist halt schon reutig, weil sie es immer noch nicht geschafft haben, die Hitze in den Griff zu kriegen. Naja, das ist der Weg, wie sie Hitze in den Griff kriegen. Die nehmen sich die stärkeren CPUs, lassen sie niedriger takten, haben selbe Leistung, aber sehr viel kühler. Einfach, weil sie effizienter sind. Das ist halt für Business trotzdem wieder reutig, ne? Naja, dann kaufst du dir halt einfach ein Gerät größer, wenn du mehr brauchst. Ja, es gibt kein Gerät größer, du hast immer den größten Benchmark. Es gibt nur, du hast den schnellsten Snapdragon, Punkt, und du hast unterschiedliche Handys. Ja, und unterschiedliche Hersteller lösen es anders. Gamer Handys kleben dir hinten halt einen fetten Kühler dran und einen Lüfter. Das ist lautes wie ein Jet Engine. Wenn du das nicht willst, was ja oft dann für diese Business Handys sind, du nimmst es mit, du willst es, was weiß ich, du willst es in der Hosentasche tragen können, dann hast du nicht viele andere Möglichkeiten. Aber genau das verhindert auch die Produktivität heutzutage. Dass das Handy wirklich ankommt. dann hast du halt noch einen Laptop mit im Handgepäck oder so. Ja, aber genau das verhindert ja im Jahr 2022, dass die Handys wirklich in der ernstzunehmenden Welt ankommen, als Produktionsmittel. Also, wenn du das dann mit einem iPhone vergleichst, aber trotzdem gute Kühlung willst, dann hast du verloren. Du wirst immer mit solchen Flaggschiffen verglichen und dann geht halt nicht, kauft niemand. Das ist das Problem. sehen wir ja an den RG-Dingen, wobei, selbst das Razerphone-RG, die sind ja auch riesig. Weißt du, was ich mich damals nicht getraut habe? Was denn? Letztes Jahr habe ich mich das hier nicht getraut und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also, schaut es euch an. Ja. Ich, also, würde ich auch unten verlinken. Die haben übrigens unsere Font geklaut. Wahrscheinlich nicht bezahlt. Was? Oh, die Frech. Wahrscheinlich nicht bezahlt, aber interessant dabei ist, dass das fand ich perfekt. 2.600. Ich wollte es gerade sagen, den Preis finde ich jetzt nicht ganz so perfekt. Nee, nee, das ist, was sie bekommen haben. Ja. Das ist nicht. 2,69 Millionen. Das sind Millionen. Ah, lol. Okay, man sollte richtig lesen. Ja. Also, es haben richtig viele Leute Kohle investiert. Das wollten viele, ja. Und das ist, Handy nennt sich Astro Slide 5G. Das ist genau das, was ich wollte, nur in besser, weil die Tastatur größer ist, ne? Was halt mega gut ist. Warte mal, das sind nicht die gleichen Tasten, oder? Das sieht mir schon. Das sind nicht die gleichen Tasten. Das sind doch schon Rubberdomes. Nein, das ist eine vollwertige Querdi. Nee, aber das sieht mir nach diesen typischen Rubberdomen-Tasten aus. Eben nicht. Eben nicht. Das sind keine Rubberdomen-Tasten. Schau mal, zum Beispiel auf eines der Bilder, linke Seite, das sind echte mechanische Keyboard-Tasten. Oder so. Ja, ist ja egal, was drunter ist. Halt die Superflat-Tasten, ne? Und das sind auf der Zweitseite. Und auf der Zweitseite ist dann nur Akku quasi, Riesenakku und Tastatur. Also quasi perfekt, ja. Ja, genau das, ne? Und du klackst es runterklappen, du siehst ja auf den Bildern, es klappt nicht zu, sondern slidet hoch. Das heißt, du kannst es als normales Handy nehmen oder halt schön zum Tippen. Und das auch noch in einem Winkel. Also das ist der Traum von mir, gefühlt. Aber ich, aber ich hab's mich halt nicht getraut, weil ihre Specs halt immer noch, also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber die Specs sind halt foggy. Wenn jemand hinschreibt, Dual-Modem, 8 GB RAM lass ich mir eingehen. Gut, egal, ob's jetzt DDR5 oder GDDR6 ist, wurscht, lass ich mir durchgehen, ne? Wi-Fi 5 ist jetzt grenzwertig von den Specs, weil Wi-Fi 6 ist jetzt Standard, ne? Ja gut, aber ganz ehrlich, 2020 ist noch in Ordnung. Nein, 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 das Handy ist ja immer noch nicht auf dem Markt. Also es ist ja noch, keiner hat's ja bis jetzt. Ach so. Es ist in Produktion. Es ist immer noch in Produktion. Und es steht nur dort 8 Cores. Aber was für welche? Ob das, das könnte jetzt auch ein ganz normaler scheißen Mediatek sein, weißt du nicht? Und dazu kannst du halt keine Infos finden, immer noch. Es ist immer noch nur in Produktion. Prototypen sind fertig. Und wir sind noch nicht mal in der Shipping-Phase. Es könnte sein, dass Shipping-Phase 2023 wird. Ja gut, aber dann ist es, ist es jetzt, aber ganz ehrlich, so fangen die meisten Kickstarter-Projekte an. So müssen sie anfangen. selbst wenn das jetzt mit diesen Specs geliefert wird. Ist es veraltet. Ja, es ist zwar veraltet, aber dann, wenn das gut läuft, kann ja dann, kommt dann relativ schnell die nächste Revision. Das ist immer das, wo diese Kickstarter-Projekte dran scheitern. Weil irgendwo musst du beginnen. Du bist eine neue Firma, hast kein Geld. Ja, was machst du? Ja. Da kannst du nicht dreimal deine Produktion über den Haufen werfen, nur weil jetzt neue Standards da sind. Naja, aber schau, sie haben auch ihr gar nichts aktualisiert. Es steht immer noch dort als Werbung Android 11 mit Linux Multiboot. Ja, wir sind bei Android 12. Ist das ein Gnome, was da gebootet wurde? Weiß ich nicht. Ist das ein Unity? Ja, müsste ein Unity sein. Das ist ein Unity. Nice. Aber du hast halt dann auf der anderen Seite hast du halt auch stehen, ey, Quick Charging, Wireless Charging mit 10 Watt. Komplett veraltet. Du wirst nicht 10 Watt Wireless chargen. Ich weiß nicht, mich interessiert das gerade sehr, äh, mich erinnert das gerade zu an Ubuntu Touch. Es ist auch irgend so ein, du kannst natürlich wechseln. Oh, ich sehe es gerade. Es ist sogar LPDD4X RAM, nicht mal der Fünfer. Ja, gut, klar. Und es ist, oh, es ist ein A77er Mediatek 800 MT6873. Naja gut, dann geht es nur darum, wenn du es so bedienen willst. Das ist hässlich. Typischen Business-Käufer wird es nicht interessieren. Nee, aber das ist halt echt langsam und drücklich, ne? Ja gut, aber für deinen Website und deine E-Mails bearbeiten, wird das reichen. Bleibt aber wieder weit unter sein. Siehst du, deswegen mache ich zum Beispiel bei uns auf dem Kanal recht wenig Handy-Zeugs, weil es mich durch die Bank immer enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder den Jungs. Ja, wie sehr wirst du deine CPU beanspruchen? Naja. Es ist doch schade, dass so viel Potenzial verloren geht, aber brauchst du es? Naja, ich habe 50 Tabs im Chrome. Ja, die nicht dauerhaft geladen sind. Nicht dauerhaft, aber ich möchte trotzdem recht schnell zwischen denen wechseln, ohne dass die CPU die ganze Zeit rauf und runter rampen und ruckeln muss. Auf deinem Handy? Auf dem Handy. Ich habe 120 Hertz-Display. Das heißt, das 120 Hertz-Display, jetzt, ich bin vom OnePlus verwöhnt. Das OnePlus ist bei mir immer auf 120 Hertz eingestellt. Es läuft butterweich. alle Videos werden mit der Framerate hochgesampelt. Der betreibt ja automatisch das Angleichen der Framerate. Na gut, das könnte problematisch werden. Ich bin halt sehr verwöhnt von den Features, die ich schon habe und ich genieße. Ja gut, aber jetzt mal abgesehen davon, typischer Geschäftsmann, der jetzt, was weiß ich, dreimal im Monat seinen Business-Trip macht. Ja, der macht seinen Business-Trip und dann kommt einer aus der Buchhaltung und schickt ihnen ein 19 Megabyte großes Excel-File. Das 19 Megabyte große Excel-File. Excel-Schreiben. Naja, einfach. Das sind die britischen Corona-Zahlen. Du, auch die Firma, von der ich gehört habe, ich sage jetzt nicht, von wem ich das kenne, es gibt einige Firmen, die benutzen Excel ja in ihrem vollen Umfang. Du kannst ja sogar Doom in Excel spielen. Das heißt, wenn du da richtig, richtig mit Expression drin bist. Okay, ja, aber das machst du nicht mehr auf dem Handy. Das meine ich ja, manche Business-Leute würden das halt. Da hast du automatisch anpassbare Tabellen. Ja, genau. Das willst du damit ersetzen. Dafür hast du so ein Slider-Phone. Du wirst es damit ersetzen. Naja, mein Surface werde ich durch nichts ersetzen, außer durch ein neues Surface, wenn ich ehrlich bin. Ja, nimmst du das Surface-Phone. Hast du es gesehen? Das neue Surface-Phone? War das nicht aufhaltbar? Ja. Hast du es gesehen? Ja, dass es richtig wird. Ich habe mich geweigert, mir das anzugucken. Nein, das solltest du nicht machen, weil die Specs sind nämlich super. Das Surface Duo, die Specs sind mega. Das erinnert mich irgendwie zu sehr an dieses Microsoft-Phone, was wir damals mal hatten, dieses Kackteil, was Excel ist. ist ja mein Microsoft-Phone. Ja, es erinnert mich zu sehr daran und das hat mich so sehr enttäuscht. Aber ich habe jetzt ein paar Reviews dazu gesehen. Der Faltmechanismus, perfekt. Da kann Samsung viel lernen. Blöd ist, dass es halt in Verruf ist wegen natürlich Microsoft-Betriebssystem und dem fehlenden App, so bla bla bla. War das nicht auch ein Arm? Das ist auch Arm, ja. Das ist Windows an Arm. Und so nach dem, was ich gesehen habe, es ist ein Power-Fee. Ja. Ein echtes Power-Fee. Hast du die neuen Snapdragons in Windows-Geräten? Mit Arm, die sind gar nicht mehr schlecht. Die laufen richtig gut. Die Snapdragon Gen 1s heißen die, ne? Ich war am Überlegen, ob ich mir das 600-Euro-Developer-Kit hole. Warum? Weil, was waren das? 1632 GB RAM? Ja, 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 ja. Eine halbe Terabyte SSD für 600 Euro. Ich glaube, ein Achtkern, keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall was mitmachen. Also, nur mal so, Robin, falls du mitbekommen hast, das Ding hat HDR, ne? Also, auf dem Display mit 90 Hertz, 800 nits, damit kannst du Fotobearbeitung machen. Ne, danke. Es gibt ja, es gibt ja eine sehr gute Version von Photoshop für Android oder eben für Handy. Und du kannst mit dem Ding zum Beispiel auch 4K HDR-Aufnahmen mit 8W aufnehmen. auch normales H2-6W, aber ey, vom Specs her, nicht schlecht. Ich meine, du kannst die 512 GB Variante mit DDR5 nehmen, 8 GB. Snapdragon 888 drin. Also, so vom Basic her bist du damit sogar schneller als mit dem iPhone. Jetzt natürlich iPhone-Nativ auf Apple. Das ist nicht schlecht vom Surface Duo. Das iPhone hat keine A4-1-Support. Also, ich sag mal so, für native Photoshop oder InDesign arbeiten, ne? Völlig ausreichend. Ich frage, wenn du Fotos bearbeitest, vielleicht auch professionell, ob du dann nicht lieber gleich zu einem Surface greifst. Kannst du, aber... Das ist der springende Punkt, so die Surface sind so mega geworden. Ja, klar. Ich meine, teuer, aber die funktionieren. Aber größeres Bildschirms... Das meine ich da so. Stell dir mal vor, du brauchst keinen größeren Bildschirm, weil du es jetzt näher an dein Gesicht halten kannst, als Beispiel, wenn du Grafik... Naja, so... Blödsinn. Ein größerer Bildschirm für Grafikverarbeitung ist schon von Vorteil. Aber halt on the go, ich weiß es eben nicht. Es kommt auf dem Nutzungscase wahrscheinlich wieder drauf an. Ich denke mir jeden Morgen im Zug, geil, jetzt mal Photoshop auf dem Handy. Naja, ich nutze ja Photoshop auf dem Handy. Wenn ich zum Beispiel jetzt, am Thumbnail noch was ändern will oder manchmal habe ich Ideen, die ich zusammenstöpsel, dann mache ich das auch mal bei Photoshop auf dem Handy im Bett. Oh, da habe ich eine Frage. Nutzst du den Creative Cloud Speicher dafür? Nein. Okay. Nie. Also ich habe noch nie den Creative Cloud. Weil das eigentlich dann perfekt dafür wäre. Du speicherst dein Projekt in Photoshop auf dem PC, öffnest das dann auf dem Handy, hast direkt alles, was du brauchst dafür da drin in der Creative Cloud, musst nichts machen. Ich habe es genauso. Ich habe mit File Run einen Sync Folder. Aufs Handy? Aufs Handy. Die neue Photoshop-Version ist auch so penetrant, dass egal, wie oft du sagst, auf dem Computer speichern, ist dich bei jedem Speichern stark. Möchtest du es nicht lieber in die Cloud hochladen? Es ist viel besser für dich. Es hat ganz viele Vorteile. Nein, will ich nicht. Das Problem ist, oftmals habe ich nachgegeben, wenn das einfach nur irgendwelche Fals sind, von denen ich weiß, ich fasse die nie wieder an, aber ich will irgendwann noch mal darauf zugreifen können. Ja gut, die Cloud funktioniert, das ist nicht das Problem. Ich will es halt nicht. Ja genau, ich will es nicht. Ich will es einfach nicht. Ich habe meine eigene Cloud und da will ich das drin speichern. Kleiner Tipp von euch, ich nutze ja kein Next Cloud, weil es einfach bloated ist. Ich brauche ja nur File Transfer easy going und dann nehme ich den File Run, weil der halt auch schneller überträgt. Ich habe ja die Tests mit dem, das ist ein gutes Video gemacht, ich habe die Tests mit Marco und mit unserem Cutter gemacht, auch über die Leitung und wenn er jetzt große Fals zieht, sagen wir mal 300, 400 Gigabyte, stabiler, ohne Abbrüche oder ohne Übertragungstipps ist File Run. Viel stabiler als Next Cloud. Ist aber Next Cloud kompatibel. Was heißt, ich kann fürs Handy einfach die Next Cloud App nehmen, die dann Auto sind. Du hast halt dein WebDuff in den selben Fällen. Genau, das meine ich ja. Es ist halt einfach soweit gut genug kompatibel, dass ich am Handy nur den Next Cloud Klient auf meinen File Run pointen muss und habe trotzdem immer Synchronisation zwischen den Files, was für mich persönlich easy ist. Es gibt natürlich Leute, die nutzen das alles wieder anders, aber ich bin froh, wenn ich meine eigene Cloud nutzen kann. Dafür habe ich meinen Nass. Wobei du Next Cloud auch keine faire Chance geben hast mit dem Container. Ich musste nicht, ich habe beides, ich habe VM und Container laufen lassen. Ich habe beides für Marco getestet. Und wir haben dann mehrere File Tests gemacht und das Stabilste nach vielen Tests, wir haben ganz viel durch, ich habe auch ganz viele Apps mittlerweile schon gemacht gehabt. Das Stabilste von allen war File Run, von denen ich getestet hatte. Was ich getestet hatte, zum Tipp für euch da draußen, wenn ihr selber sowas vorhabt mit File Synchronationen übertragen oder was ähnlichem, ich habe durch Next Cloud, ich habe Own Cloud durch, ich habe C-File durch. Ich habe die ganzen Android Docker, die ich euch vorgestellt habe zur Dateiübertragung, die ganzen Tools habe ich alle mitgenommen und durch. Ich habe auch Lucky Backup versucht und halt am Ende jetzt nach Next Cloud dann File Run. Da bin ich dann auch geblieben. Ja gut, aber Next Cloud und Own Cloud sind schon ziemlich ähnlich. Ja, aber Own Cloud ist in Form sogar schlechter. Ja, Next Cloud ist halt besser, aber es ist halt schon echt ziemlich ähnlich. Das stimmt. Own Cloud ist in der Entwicklung stehen geblieben. Ja, Own Cloud ist aber auch nicht, es ist noch schlechter als Next Cloud, was die Performance angeht. Ja klar, die haben auch weniger Leute dahinter. Ja, klar. Wer hat denn noch Own Cloud? Das klingt jetzt blöd, aber... Ziemlich jeder ist auf Next Cloud migriert, ja. Oder wer nutzt noch C-File? C-File war auch ein Derivarad. Außer die Firmen, die halt wirklich groß auf Own Cloud gesetzt haben. Also wenn ihr euch wundert, da draußen zuerst kam Own Cloud mit viel Open Source. Auf Own Cloud hat sich C-File aufgebaut, C-File hat sich abgesplittet und dann kam Next Cloud. Und Next Cloud war dann die beliebtere Alternative, weil es besser gelaufen ist. Und dann sind die anderen quasi so nach und nach ausgestoppen. Gleich wie bei Kodi oder Open Allec oder... Ne? Immer so die Derivarad und eins setzt sich dann am Ende durch. Wobei Own Cloud und Next Cloud noch ziemlich nah beieinander sind. Stimmt, aber performancetechnisch weit auseinander wegen Optimierungen im Team. Ist halt leider. Ja, aber zum Beispiel allein die Sache, dass du immer noch dein Own Cloud Name hast. Dein Nutzer Name ist dein Own Cloud Name intern. Ja, ja, ja. Ist halt so. Und viele Plugins sind kompatibel zueinander. Ja, weil es gleicher Unterbau ist. Ja, aber Siegfile hat sich weiter abgegrenzt. Stimmt, aber ist halt auch scheiße. Gut, es hat damit aber nichts zu tun. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das war jetzt ganz schön hart, ja. Ich gebe dir mal eine Next Cloud Config, die will ich mal, dass du mit Marco irgendwann mal ausprobierst. Okay, klar, aber ich bin halt immer nur gnadenlos ehrlich, ne? Und wenn ich sehe, also mit einer unstabilen Verbindung, kommt File Run am besten klar. Also, wir hatten zum Beispiel Dinger, das Next Cloud droppt dann irgendwann bei 70, 80 Gigabyte, wenn die Verbindung mal droppt, den kompletten Dateitransfer. Oder das File ist korrupt. Next Cloud hat halt riesen Probleme, weil es so sehr auf PHP setzt. Genau. Und dann ist es halt vorbei. Wenn aber meine Verbindung, hier die Internetverbindung mal droppt oder da ist was oder ist ausgelastet oder die Telekom steigt aus und das Wechsel auf Kabel Deutschland, File Run macht halt einfach weiter. Das macht 5 Sekunden Pause und gibt ihm Go und die Files sind trotzdem ganz. Es hat auch das Resume Feature, also. Ja gut, das soll das eigentlich WebDarf nutzen. Ja gut, ich habe gehört, wir haben nicht mehr viel Zeit. Echt? Zum Beispiel so weit, bitte. 50 Minuten. Ja, alter Falter. Entschuldigung, wenn ich euch voll geplupst habe. Fasch dich wie immer in Rage, das ist ganz normal. Ich möchte, ich möchte auf was hinweisen. Oh, hau raus. Und zwar die Podcast-Episoden landen jetzt aktuell alle zwei Tage auf dem The Geekfreaks TV-Kanal. Ah, stimmt. Schön. Ja, ja, bitte. kgf.klick slash Podcast-Videos. Könnt ihr euch anschauen, wird jetzt alle zwei Tage geliefert, bis wir es mal aufgeholt haben und dann zum normalen Website RSS, Spotify Release wird dann auch automatisch die Video, das Video dazu kommen. Es wurde zwar gefragt, ich glaube aber, dass wir erstmal nicht mit Kamera aufnehmen werden. Nee, erstmal nicht. Das ist ja kein Podcast mehr. Ah, naja. Doch, es ist ein Videocast, dann nennt man das aber. Ja, genau. Ein Videocast gibt es ja auch. Ein Videocast. Ja, Rezo und Julian haben es auch gemacht, aber wir können uns mal überlegen, ob wir irgendwann Bock drauf haben, aber im Moment noch nicht. Für sowas sollte man aber zusammensitzen, das ist Stream-Mort immer schwierig. Nö, das geht eigentlich ganz gut, aber wir könnten es dann versuchen, sowas mal als Special zu machen, vielleicht ein Weihnachts-Special oder so, wenn euch sowas gefällt. Das können wir uns überlegen. Wir machen einfach ein scrappiges Skype-Meeting. Sowas in der Art. Oh, keine Bearbeitung, nix, fertig. Ich habe noch zum Abschluss was für die Jungs und für euch da draußen. Also, ich stelle jetzt eine Frage an die Jungs und die könnt ihr uns dann gerne auch in der Kommentarfunktion unter diesem Video oder eben unter diesem Audio-File oder eben unter diesem, wo auch immer ihr es gerade genießt, könnt ihr es uns da lassen. Also unter YouTube, wisst ihr, könnt ihr unter dem Audio-Visualizer-Video-File könnt ihr es als Comment gerne lassen oder sonst wo ihr denkt, dieser Kommentar hat Platz. Wir haben es verstanden. Also die Frage, was fehlt euch für ein ganz wichtiges Feature, das euch an Smartphones heutzutage noch der letzte Schliff, dieses eine Feature, das ihr euch noch wünschen würdet, was sie nicht haben. Was wäre das bei euch? Jetzt darf zum Beispiel Lukas oder Moritz oder Robin dürfen jetzt als erstes mal, haut mal raus. Was wäre das eine Feature, was ihr euch wünschen würdet? Äh, ja. Genau. Genau das. Ach, genau, genau das. Das siehst du auch so. Ja. Das ist mega. Und du auch nix, Moritz? Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir das. Der Moritz hat auch keins. Also ich kann es euch sagen. Du hast dich auch darauf vorbereitet. Das ist jetzt ganz schön gemein von dir. Na, ich fange einfach an. Ich schlafe das jetzt hier ins kalte Wasser. Komm, mach mal noch schnell. Ich fange an. Also das eine Feature, das mir persönlich fehlt, ist von allen Smartphones einheitlich ein übergreifendes, also alle Android. Einfach eine Kern-Android-Funktion. Du hast ein neues Handy, du hast ein altes Handy, du legst den nebeneinander und drückst, bitte alles migrieren. Und alles wird sofort einheitlich rübergeschmissen. Nix, was Xiaomi-Propertyer ist, nix, was Samsung-Propertyer ist, nichts irgendwas. Es wird einfach alles direkt eins zu eins kopiert rüber und passt. Offiziell gibt es das ja. Du kannst doch einfach Smart-Switch verwenden. Das geht auch auf anderen Geräten. Ja, aber es funktioniert nie hundertprozentig. Es gibt da eine App, die ich immer benutze. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, wenn ich dran denke, haue ich es mal in die Show Notes. Aber Google hat da jetzt ein Feature, das es auch schon gibt bei den neuen Androids, aber das zu wünschen übrig lässt noch. Das meine ich, ich will bloß so, pass auf, ich lege die zwei nebeneinander, warte eine halbe Stunde und dann bin ich beim neuen Handy sofort in allen Apps, in allen Seiten, in allen Passworten, alles wieder eingeloggt. Ich bin überall wieder drin, ich kann es seamless weiter benutzen. Du meinst, du meinst so, wie es Apple macht, wenn du gerade am Einrichten des Geräts bist, einfach nur neben ein anderes legen, dann gibst du kurz deine Apple-ID ein und fertig ist. Und alles passt, genau und fertig. Und alles macht er automatisch den Rest. Das wird es für alte Leute und für jeden, der umsteigen muss auf ein neues Gerät, ob du jetzt von einem Probit hier zum Beispiel OnePlus kommst und gehst zum Xiaomi oder kommst zum Xiaomi und gehst zu Samsung, das wird es so vereinfachen, weil du einfach alles da hast und nicht tagelang einstellen musst. Das müsste aber jemand wie Google machen. Das müsste Google machen, das ist richtig, aber das ist das eine Feature, was mir fehlt. Ist euch in der Zwischenzeit noch was eingefallen? Übergreifendes Quality of Life Improvement kommt aufs Handy an. Ich hätte gerne wieder Flip-Kameras. Flip, du hast ja schon gesagt, du willst wieder eine ausfahrbare Kamera, finde ich gut. oder Flip, dass du eine gute Hauptkamera hast und die so Frontkamera machen kannst. Genau, Flip oder ausfahrbare Kameras. Oder das, was El Chima gemacht hat mit dem Modular-Design, aber das hat halt gefloppt. Ja, der Robin ist wundschluss glücklich. Ich sag dir, wie es ist, ich habe das Samsung S10, das alte Modell, es gibt ja mittlerweile ein Refurbished, was auch immer, das Neue ist, das ist für den Arsch, aber ich habe das alte Modell und er wird 100% zufrieden. Ich habe daran nichts zu meckern, gar nichts. Dieser Mann ist so genügsam. Ein Top-Gerät. So genügsam. Wahnsinn. Aber ein Xiaomi T9 ist auch noch voll in Ordnung. Ich war vorher schon immer bei der A-Reihe, bei Samsung, bin jetzt zum ersten Mal in die S-Reihe gegangen. Ich wurde nicht enttäuscht. Okay, okay, cool. Finde ich gut, wenn du einfach, ich finde, ich muss da immer ein wenig pushen und nörgeln. Okay, doch, eine Sache, die sich bei Android unbedingt ändern sollte. Was? Hersteller sollen, wenn es nicht in Funktion des Geräts dient, keine Apps mehr auf die Geräte installieren dürfen. Ja, gut. Ich habe hier einen Samsung Galaxy S8 arbeitstechnisch hier. Ja, die Bloatware. Das ist aber bei jedem Laptop so. die ich löschen kann über ADB und beim nächsten Update sind sie wieder dabei. Ich weiß, das ist bei jedem Laptop so, das ist jede Bloatware so, das sind alle. Die ganzen Zeug wie Galaxy Store, dann irgendein Health-Ding, irgendwelche, nee, will ich alles weg haben. Hattest du schon mal einen Xiaomi? Ich habe einen Xiaomi aktuell. Das ist nicht so schlimm. Na doch. Das ist viel weh. Nein. Oder Huawei. Ich habe einen Xiaomi. Ich habe hier meinen komischen Mi-Browser und ich weiß gar nicht, was das ist, irgendeine Dings-App, die konnte ich aber löschen. Ich habe auf den Instagram gedrückt, dann war es dann weg. Das habe ich auch nicht. Ja, das hat meine Frau gehabt lang. Sie hat ja ihr Mi-Passwort vergessen. Gut, ich habe ein Mi 9T, das ist von 2019, glaube ich. Und man konnte dieses Telefon nicht resetten, nicht werksresetten, gar nichts machen, denn du musst in den, es gibt ja diesen Fastboot-Modus und der Fastboot-Modus bei Xiaomi ist, dass du erst mal dein Mi-Cloud-Passwort eingeben musst und ist das Handy für immer nutzlos. Okay, das habe ich nicht. Ja, das ist halt, ja, oh man, die Zeit. Darüber habe ich aber auch immer widersprochen und habe den Scheiß dann runtergeworfen. vielleicht bin ich einfach in die Arbeit gegangen. Oder du hast ein anderes Telefon. Ja, wie gesagt, von 2019 haben sie das auch noch nicht gemacht. Also mit dieser glücklichen Nicht-Enttäuschung und unseren Gedanken zu technologischen Errungenschaften, die wir seit Jahrzehnten und Rückentwicklungen, die wir seit Jahren alle mit uns fragen, weil es klingt blöd, das sind eben die Lifestyle und unsere Essentials, nicht nur fürs Leben, sondern für Arbeit. Jeder geht davon aus, dass jeder ein Handy hat, sogar der Staat mittlerweile, als wenn es an uns herangewachsen ist, aber es ist halt unsere persönliche technologische Erweiterung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden die nächsten Jahrzehnte zeigen, aber es ist ein Teil von uns, also müssen wir auch ab und zu über solche Sachen mal reden, weil man kommt ja nicht dran vorbei. Nur wir denken viel zu selten drüber nach, finde ich. Und damit gehen wir jetzt schon fast in die Vorweihnachtszeit, ne? Jo, das erste Advent. Ja, Wahnsinn, wir gehen, ja, das ist, oh Mann, das ging früher wieder so schnell. Na, dann werden ja die nächsten Episoden noch ein bisschen weihnachtlicher, oder? Klingeling, Klingelingeling. Dann machen wir eine weihnachtliche Version des Intros, Alex. Last Jingle Bells, I gave you my Tannenbaum. Nein, hiermit endet dieser Podcast jetzt sofort und auf der Stelle, das ist genug. Halt, stopp. Ich terminiere. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, Es gibt noch das willenskarte. Sokneira für diese F rather的話 dann料理 Kling 무, erst mal der Gate, undvang ordinancevoll�nen damit wir machen. Chmes müssen dann